14.10. hat es begonnen, dieses Wochenende um den 20.10. Wut fällt, 28.10. Große Öffnung oder große Prüfung, Dauer ein halbes Jahr. Licht- und Lebemenschen, Ja-Sager, Schönreder, sind ein Fressen für die Dunkelheit. Der große Transformationsprozess, der große Verdauungsprozess nimmt an Fahrt auf. Dunkle Wolken, Gewitter und die Sonne, Zwillingsflammenalchemie, Lichtsäule, Kundalini-Energie, 12 Strang DNA, 144 Strang DNA, Regenbogen, Chakren-System, 21 Chakren, Merkaba und Kundalini, Feuer und Licht. Papa und Mama, Partner und Partnerin. Das Männliche leidend ans Kreuz genadelt, das Weibliche kniend und machtlos. Viele Worte, die ganz viel Energie tragen. Und du, genau du, hörst das jetzt nicht einfach so. Du wurdest gerufen. Irgendetwas wird für dich jetzt hier stimmig sein. Und es gilt, auch das Dunkle zu sehen, das Dunkle anzuschauen und sich um eine Lösung zu bemühen. Der Sinn des Lebens ist der Sinn, den du dem Leben gibst. Jeder hat einen anderen Sinn im Leben und manche haben auch mehrere Sinne im Leben und manche gar keinen. Du hast jetzt vieles gehört und ich könnte stundenlang reden. Ich versuche mich auf das Wesentliche zu beschränken und ich erlaube mir, dir ganz nah ans Herz zu legen, den Zutritt zum Mitgliederkanal auf meiner Webseite www.sissigöttling.com. In diesem Mitgliederkanal gibt es bereits eine große, kraftvolle Lichtzellenmeditation und Lichtkörpermeditation, die ich dir sehr ans Herz lege. Denn die nächsten Monate werden eine Herausforderung für jeden einzelnen Menschen, der sich nicht in alle Richtungen orientieren wird, sondern die Orientierung verliert. Auch wird im Mitgliederkanal im November jetzt eine persönliche Geschichte, also nicht ich, mir ist das passiert, sondern ich durfte hautnah dabei sein bei einer großen Wandlung eines Menschen. Die werde ich dir berichten. Ebenso wird auch eine Meditation und Seelenreise in den Mitgliederkanal kommen, die diese Energien jetzt betrifft, die ein halbes Jahr auf jeden Fall andauern werden. Und das genau über die Winterzeit. Ich bin ja in diesem Bereich, ich bin Transformationscoach und Bewusstseinstrainerin. Ich bin hier auf die Erde gekommen, um hier den Menschen oder Seelen zu dienen, die bereit sind, ganz tief mit mir gemeinsam zu blicken. In ihre ganz alten Muster, die viele hunderte oder tausende Jahre alt sind. Ich gehe mit ihnen in die Keller hinein, in den Keller ihres Wohnhauses, wo alles verstaubt ist, wo alles abgelagert worden ist, wo man oft gar nicht mehr weiß, was ist denn da so im Keller oder im Kellerabteil bei einer Wohnung verborgen. Man kramt herum, man findet nichts, es ist eine Unordnung und dann entdeckt man Dinge. Ach, ich wusste ja gar nicht, dass ich das noch hatte. Wir entfernen den Staub und die Spinnenweben. Und es geht nicht mehr darum, im Keller das alles zu belassen, sondern diesen Raum, diesen Raum. Und ich habe es euch vor dem Finsterniskorridor gesagt, genau in diesen 14 Tagen zwischen dem 14. und 28.10. aufzuräumen. Das ist das Wichtigste, was du jetzt tun kannst. Wir räumen den Keller vollkommen aus. Vollkommen. Und dann verlassen wir ihn vollkommen. Vollkommen ist das Wort. Nicht ein bisschen und nicht mit einem Bein. Und ich wische mal mit dem Staubwedel drüber. Saug mal vorne, lass die Ecken aus und lass noch ein bisschen was stehen, weil ich kann mich nicht trennen, vielleicht brauche ich das ja noch. Nein, ich bin hierher gekommen, um vollkommen auszuräumen. Vollkommen hinzuschauen. Und das ist auch immer faszinierend, wenn man all das sieht, was jeder so in den Keller geschoben hat. Und wer das nicht tut, es ist ein Tatsachenbericht, wird es hoch schießen. Wahrlich hoch schießen. Wie ein Vulkan in dir. Der Sturm wird zu wehen beginnen. Über Monate. Bist du im Auge des Sturms, in der Stille, in der Ruhe, stabil? Oder wirst du mitgezogen? Und wenn jetzt auch manche sagen, das ist Angstmacherei, da kommt noch mehr, was ich jetzt zu sagen habe. Und da kommen wir zum ersten Thema. Licht und Liebe Menschen, Ja-Sager und Schönreder sind ein Fressen für die Dunkelheit. Diesen Satz habe ich gestern gehört und ich hole mir dann immer Bilder dazu und du darfst jetzt gleich mit mir mit den Bildern mitgehen und dich hineinfühlen und spüren, wie das denn für dich ist. Warum sind diese Menschen ein Fressen für die Dunkelheit? Und ja, es gibt dunkle Wesen. Ich selbst durfte die dunklen Wesen, die auch mitten unter uns sind, im Jahr 1999 kennenlernen. Ich habe sie sogar gesehen und ich weiß, wovon ich spreche. Seit 23 Jahren bin ich auf diesem Weg. Und ich durfte ganz tief in die vier Wände der Menschheit blicken. Mit, ich weiß es nicht, ich habe es nie gezählt. Tausenden von Kunden, ich habe keine Ahnung. Aber über diese vielen Jahre sind es doch eine Menge. Und glaubt mir, der Schein trügt. Ich komme gleich zu dem Thema mit Licht und Liebe. Menschen sind ein Fressen für die Dunkelheit. Denn auch diese Menschen posten überall draußen in den Social Media Kanälen lächelnde Fotos und alles Mögliche positive und schöne und wunderbar lächelnde Partnerschaftsfotos. Und wunderbar am Meer fotografiert und in tollen Autos abgefilmt und was weiß ich. Weißt du, ob das die Wahrheit ist? Ich kann schnell ein Foto machen, ich kann einen Filter einschalten, ich kann mal in Urlaub fahren und filme mich dort ab und mache mehrere Videos oder tanze herum vor dem Video und setze mir vielleicht noch eine Maske auf und so schaue ich dann hinaus. Glaubst du das? Ist das die Wahrheit? Geh mal in dich. Hast du dich auch schon von diesem Schein trügen lassen und all das so geglaubt, was da alles propagiert wird? Das ist nicht alles wahr. Denn auch ich habe oder begleite solche Menschen, die nett posten und doch in ihnen und in den vier Wänden schaut es ganz anders aus. Lasse immer wieder ein wenig Stille, damit du mal ein bisschen auch nachspüren kannst und in dich fühlen kannst, dich selbst wahrnehmen kannst. Das heißt, was glaube ich eigentlich, glaube ich alles, was ich mir da anschaue, was ich da sehe, mit den Augen, dann muss es ja wahr sein. Nein, so ist es nicht. Es wird noch viel mehr hier aufgedeckt werden, nur das geht nur Schritt für Schritt, denn wenn alles sofort ans Tageslicht kommen würde, würden die Menschen zerbrechen. Kommen wir zum ersten Licht und Liebe, Menschen, Ja-Sager und Schönreder, alles ist Blümchenwiese, du brauchst nur positiv immer alles, dir hunderttausendmal vorsagen und schon ist die Welt gut. Und alles ist gut und alles wird gut, sind ein Fressen für die Dunkelheit. Ich gebe dir jetzt zwei Bilder, die ich dafür empfangen habe. Stell dir vor, du blickst auf dieses ganze Bild, du stehst zwar in diesem Bild, aber wir betrachten das von einer anderen Menschen aus. Ein Mensch steht und blickt in die Sonne. Ach, ist die Sonne schön, schau nur, dieses Licht und diese Wärme, der Himmel so blau, ist doch wunderbar. Und du stehst und siehst diesen Menschen, wie er in die Sonne blickt und siehst hinten ziehen dunkle Wolken auf, im Rücken von diesen Menschen hinten am Himmel, ziehen dunkle Wolken auf, ganz schwarze, dunkle Wolken. Du siehst schon diese stillen Blitze, wo noch kein Donner ist, aber es blitzt schon in den Wolken und sie ziehen immer näher und kommen immer näher. Und der Mensch steht, ach, ist es nicht schön, diese Sonne und dieses Licht und diese Wärme und alles ist gut. Und du sagst, nein, dreh dich doch mal um. Hinter dir ziehen schon dunkle Wolken auf, ein Gewitter naht heran. Ach nein, hör auf, das zu sagen, ich will das gar nicht sehen, ich will es nicht wissen. Es ist so schön und die Sonne strahlt und es ist so warm und die Wolken ziehen heran, immer näher und näher kommen sie. Und du empfiehlst noch einmal, dreh dich um, nimm wahr, denn wenn du das wahrnimmst, dass es auch diese dunklen Wolken gibt und dass jetzt gleich regnen kann und Donner und Gewitter, dann können wir ja nach einer Lösung suchen. Nein, will ich nicht sehen, will ich nicht hören, alles ist so schön und die Sonne und das Licht, alles ist gut. Und dann ziehen die Wolken hoch, es beginnt zu regnen, zu donnern, dieser Mensch steht, wird nass, es wird kalt. Die Wolken schieben sich vor die Sonne und das Licht ist plötzlich weg. Es wird lau, das Donner, der wird immer nasser und nasser oder sie. Oh Gott, schreit dann dieser Mensch, wie arm ich bin, der liebe Gott, was macht er nur? Ach Gott, ich bin so nass und plötzlich ist es dunkel, urplötzlich ist es dunkel, urplötzlich. Und doch hätte es eine Lösung gegeben, wenn dieser Mensch bereit gewesen wäre, flexibel, spontan zu bleiben, sich in alle Richtungen zu drehen, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Denn jetzt ist dieser Mensch im Dunkeln, im Nassen, im Kalten und ist, ja, oh Gott, die Sonne ist weg, das Licht ist weg, es ist dunkel. Und du würdest wieder sagen, ja, aber die Sonne kommt ja wieder, die Wolken vergehen, das Gewitter zieht vorüber. Nein, es ist jetzt vollkommen dunkel. Dieser Mensch kann das nicht. Er ist nur in eine Richtung fixiert, wie angepinnt an einer Pinnwand. Er schaut nicht nach hinten zurück, nach links, nach rechts. Er will auch von dir gar nichts wissen, er blickt nur in die Sonne, nur die Sonne. Ja, das Licht ist ewig, es ist unzerstörbar, aber es kann auch mal dunkel werden, es kann laut werden, es kann nass werden, es kann blitzen, es kann donnern. Alles ist möglich. Nur der Mensch, der vollkommen hier angekommen ist, der bodenständig ist, der, ja, auch Licht und Liebe ist, aber trotzdem dem Dunkeln auch sich standhaft hinstellt und sagt, okay, wenn ich mich umdrehe, da ziehen Wolken auf, es kommt ein Gewitter, ich gehe mal ins Haus und gehe mal ins Trockene. Oder ich nehme einen Schirm, einen Regenmantel, Gummistiefel und ich weiß aber auch, dass das Licht immer da ist. Es ist nur eine Zeit dunkel. Wer, glaubst du, wird es besser oder einfacher im Leben haben? Und plötzlich werden Gewitter aufziehen und plötzlich wird es im Menschen oder um den Menschen dunkel. Nur die kippen dann vollkommen, zum Beispiel ins Burnout, in die Depression, in irgendeiner der tausenden von Krankheiten, die einer einzigen Gesundheit gegenüberstehen. Wir haben ein Riesenfeld, ein Energiefeld an Krankheiten und ein Feld für Gesundheit. Die kippen plötzlich, weil plötzlich eine Wolke da ist, ein Regen, ein Gewitter und doch wollten sie dieses Licht und alles schön. So ist es nicht. Und ich gebe dir jetzt ein zweites Bild, was ich bekommen habe. Und ich gebe dir das gerne weiter und ich bedanke mich bei dir, wenn du dafür auch mir was gibst. Einen Daumen hoch, ein Teilen des Videos, ein Dankeschön, was auch immer. Danke. Das zweite Bild, ein Mensch steht im Meer. Er steht gleich bis zu einem Fußknöchel oder Knien und steht da in einem wunderbaren Meer mit Blick auf den Strand. Ach, ist das nicht herrlich. Urlaub. Stehen Meer, Blick auf den Strand, weißer Sandstrand, Balmen. Alles ist so toll. Und du bist wieder der oder die, die am Strand steht und den Blick aufs Meer hat. Und du siehst, wie sich hinten eine 15 Meter hohe Welle plötzlich aufbaut. Es kommt ein wenig Wind auf, das Meer wird unruhiger und es baut sich eine mächtige Welle auf. So wie sich auch in unserem Leben oder draußen ab und zu mal eine richtig mächtige Welle aufbaut, die sich zum Beispiel vor drei Jahren aufgebaut hat. Du weißt, was ich meine. Und was ist dann mit vielen passiert? Viele sind gekippt und in die Angst gegangen. Und du schreist diesen Menschen zu. Dreh dich doch um. Es kommt eine riesen Welle vom Meer herein. Und wenn du die siehst, dann schau, was gibt es für eine Lösung für dich. Komm am Strand oder gehen wir in die Hütte. Nein, nein, alles ist gut. Ich schau auf den Strand, der ist weiß und die Balmen, ist das nicht herrlich. Und die Welle nähert sich und nähert sich. Und wer das weiß, wie das ist, wenn eine große Welle über einen drüber geht, was passiert dann? Sie nimmt dich mit, sie taucht dich tief ein in das Wasser. Es dreht dich und schleudert dich hin und her. Oder du verlierst die Orientierung. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das ist es, was passiert gerade mit Beginn der Finsternis. Und ich sage dir dann auch gleich, was aber das Gute ist in diesen Finsternissen. Und die Welle bäumt sich auf. 15 Meter, so groß ist kein Mensch. Und geht über den Menschen drüber, der den Blick reinste auf diesen weißen Sandstrand hat, mit Füßen im Meereswasser. Und wieder sich nicht umdrehen wollte, hinblicken wollte, dass es doch noch etwas anderes gibt. Und sobald er sich aber dreht und wendet und flexibel und wendig und spontan ist und im Lebensfluss ist, hätte er die Welle entdeckt oder das aufkommende Gewitter und hätte eine Lösung gehabt. Und jetzt geht die Welle drüber. Er schluckt Wasser, bekommt keine Luft, wird mitgerissen, wird gedreht im Wasser, hat nur mehr Wasser und aufwirbelnden Sand um sich, hat keinen klaren Blick mehr, verliert die Orientierung, weiß nicht mehr, wo ist oben und unten. Das Wasser ist stärker als er oder sie natürlich. Und irgendwann kommt er oder sie dann wieder an die Wasseroberfläche. Nur es ist die Frage, wie und wann. Was wäre da jetzt besser gewesen? Und um was geht es? Was ist die Energie, die jetzt uns aufmerksam macht, in der dunklen Zeit, die jetzt anbrechen wird? Auch in den Wintermonaten, wo ja viele auch noch, ich kenne das von meinen Klienten und Klientinnen, mit Winterdepression, mit grippeähnlichen Zuständen, bis in den März hinein. Und zusätzlich diese Energien, die Monate auch anhalten werden. Was wäre besser gewesen? Und was will uns das lehren, endlich, endlich mal anders zu handeln, zu reagieren, als du seit 30, 40, 50, 60, 70 Jahren handelst und reagierst? Auf einen Streit reagierst du mit Streit. Auf einen Kampf reagierst du mit Kampf. Auf einer anderen Meinung reagierst du mit, ich behaupte mich und gehe ins Ego und habe meine Meinung. Und da umbiegen und brechen, setze ich all das durch. Und wie ist so dieser Wortlaut der Menschheit, wie ich es immer gemacht habe, wie es doch früher war. Ach, war es früher nicht besser, das früher gibt es nicht mehr. Die Vergangenheit ist vorbei. Und wenn du x-mal gleich handelst auf etwas, was in deinem Leben kommt, wirst du diese Wirkung ständig wieder erfahren. Solange bis du es endlich kapierst und endlich dich umdrehst, nach links drehst, nach rechts drehst, wahrnimmst, dass hier vieles gibt. Dunkel, hell, böse, gut. Es gibt in den dunklen Welten, in diesen auch dunklen Wesen. Es gibt aber auch dunkle Menschen und böse Menschen, Menschen, die Menschen umbringen. Also gibt es auch in den anderen Ebenen auch, ja, Dämonen und Enitäten. Alles gibt es. Und du bist nicht alleine hier. Das Universum ist bewohnt. Planeten sind bewohnt. Ja, und es gibt UFOs, die gibt es schon ewig. Das ist nichts Neues. Und es gibt welche, die mit UFOs fliegen, die menschlich, könnte ich sagen, sind. Und welche, die reinst ätherisch oder wie nennt man das für uns nicht sichtbar sind. Alles gibt es. Und es ist ein großes Universum. Das ist alles lebendig. Die Erde ist lebendig. Der Baum ist lebendig. Es gibt dunkel und hell noch einmal. Es gibt gute Wesen und nicht so gute Wesen. Es gibt gute Menschen und nicht so gute Menschen. Alles gibt es. Und wenn du dich in deinem Leben endlich mal so, und da kommen wir dann zu den DNAs und so spiralförmig mal bereit bist, in alle Richtungen und Himmelsrichtungen dich zu drehen, mal alles anzunehmen, wie es ist, und mit dir selbst und mit allem, wie es ist, in den Frieden kommst, dann wirst du ruhig sein im Sturm. Dann wirst du die 15 Meter hohe Welle wahrnehmen und wirst sagen, ah, das ist die Lösung. Und wenn da kommt, ah, so habe ich es ja immer gemacht und so mache ich es jetzt wieder. Stopp, 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 durchatmen. In die Veränderung gehen, in die Änderung gehen und anders handeln, anders sprechen. Denn alles ist Veränderung. Alles. Die Planeten verändern sich. Die Astrologie verändert sich. Die energetische Arbeit verändert sich. Du veränderst dich. Und in der nächsten Minute hast du dich schon wieder verändert. Alles, alles, das gesamte Universum ist eine stetige Veränderung. Nur der Mensch will festhalten und früher war es doch so, früher habe ich so gehandelt, früher war das die Lösung. Das ist alles nicht mehr gültig. Das ist vollkommen außer Kraft gesetzt worden. Und wenn du es noch nicht gehört hast, hörst du es jetzt. Alles. Da gibt es dieses wunderbare Nullpunktfeld. Und in das kannst du eintauchen und dich resetten lassen. Alle Programme endlich löschen, die schon so uralt sind und die ständig die gleiche Wirkung in deinem Leben erzeugen. Und manche machen das bis zum Tod. Immer das Gleiche, immer das Gleiche und wundern sich. Immer wieder bin ich krank. Immer wieder bin ich depressiv, verstimmt. Immer wieder ziehe ich einen Partner an, der Alkoholiker ist. Immer wieder habe ich komische Freundinnen. Immer wieder habe ich einen komischen Vermieter. Immer wieder das Gleiche, das böse Leben, der böse Gott und so weiter. Jetzt, jetzt genau ist es an der Zeit. Dich in alle Richtungen zu drehen und trotzdem den Boden unter den Füßen zu haben. Deine Seele voll und ganz mit dem Körper zu verbinden. Und in alle Richtungen blicken zu können. Und wenn da eine Angst ist, dann löse sie auf. Die Finsternis zeigt uns dieses Dunkel. Und vielleicht hast du es zu spüren bekommen. Du bist wütend und aggressiv geworden. Du bist krank geworden. Fieber, Rückenschmerzen, Zahnschmerzen, Hautausschläge. Juckreiz, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen. Schiebst alles vor dir her, bringst nichts weiter und plötzlich springst du auf und reißt alles nieder. Der Mensch kippt von einem Extrem ins andere. Er ist vollkommen zurückgezogen und will nichts mehr und keine Lebenslust und alles hat keinen Sinn. Und plötzlich springt er auf und hüpft herum wie ein Wahnsinniger. Das sind zwei Extreme. Die packt der Körper auch nicht. Packt die Psyche nicht. Es geht ins Mittelfeld zu kommen. Zwischen dem aufkommenden Gewitter und dem Sonnenschein. Zwischen der hohen Welle, die heranrollt in den nächsten Monaten und schon begonnen hat zu rollen. Ja, und dem wunderbaren, ruhigen, entspannenden Strand. Hier sich gut flexibel zu bewegen im Sturm. Und das Leben trotzdem zu leben, anzunehmen. Seinen eigenen Sinn im Leben zu entdecken. Seine Seelenaufgabe, seine Gaben zu leben. Selbst ermächtigt, selbstbestimmt, unabhängig, frei. In sich und die Urfreude und diese Urliebe und den Urfrieden in sich wieder zu aktivieren. Um in diesem Gefühl der Freude zu sein. Nicht, ich kaufe mir tausend Sachen und dann hupfe ich und dann ist alles toll. Die Sachen, die Dinge, das Materielle, das vergeht. Das kann dir genommen werden. Und der Stein und das Räucherstiebchen, was weiß ich, das wird dir das nicht bringen. Es geht um geistige Arbeit. Und es geht nicht für niemanden auf dieser Erde, ohne ins Tun zu kommen. Du kannst dich begleiten lassen, dann geht es schneller. Und der andere hat den großen Überblick über dein Gesamtenergiefeld, das empfehle ich. Aber nichts zu tun, da kommt die Welle über dich drüber. Da kommt das Gewitter. Gehen wir weiter. Transformationsprozess, Verdauungsprozess. Wir sind eingestiegen mit 14. Zehnten in einen riesigen Reinigungsprozess. Wer sich gegenüber dieser Reinigung wehrt und nichts tut, da werden die Schlacken, der Schmutz, der Müll einem komplett überfordern. Viele haben auch dieses Bedürfnis, ich möchte nichts ausmisten, ich möchte was loswerden, ich möchte umräumen, ich möchte ausräumen, aber kommen nicht in die Gänge. Warum? Weil sie selber zugemüllt und verschlackt sind. Wenn du im Inneren das tust für dich, dann geht das ganz automatisch, dass du plötzlich im Außen das auch ganz locker und leicht mit Freude und Spaß tun kannst. Ausmisten, ausräumen. Wie gesagt, ich gehe mit dir in den Keller deines zwölfstöckigen Hochhauses. Die meisten stehen noch im Keller oder noch mit einem Bein oder sind gerade mal im zweiten, dritten Stock angekommen. Manche werden diesen zwölfstöckigen Hochhaus, was das nächste Bild ist, das ich dir gebe, die werden immer wieder in einem Stock verweilen, weil sie so neugierig sind, da gehen sie mal links in die Wohnung, dann gehen sie rechts in die Wohnung, befinden sich nach Monaten noch immer im ersten Stock. Jetzt kommen wir gleich zu zwölf Strang-DNA. Wir haben hier zwölf Stöcke. Wenn du im Keller bleibst, kannst du die zwölf Stränge nie aktivieren. Wie kommst du ins Tun, dass sich zwölf Stränge DNA aktivieren und nicht nur zwei aktiv sind, sodass du zum Gott Mensch wirst und endlich deine Göttlichkeit und Vollkommenheit hier auf der Erde leben kannst, denn dafür bist du hierher gekommen. Dafür hast du Ja zu dieser Inkarnation gesagt. Wie wäre es, wenn du in den Aufzug einsteigst und die zwölf Stöcke hochfährst und ganz oben aufs Dach dich stellst und endlich den Überblick über alles hast? Frei bist ganz oben und da ist der Himmel über dir und du kannst über alles drüber blicken, stellst trotzdem mit beiden Beinen auf dem Dach oben, ober diesen zwölf Stöcken und bist verbunden und aktiviert mit deiner zwölf Strang-DNA. Wie wäre denn dieser Weg? Die meisten, wie gesagt, bleiben in einem Stockwerk hängen oder im Keller. Du kannst aber auch nicht die Stöcke hochgehen oder mit dem Aufzug fahren. Das geht nicht, wenn du den Keller nicht ausgeräumt hast. Und dafür bin ich zum Beispiel da und reiche dir gerne meine Hand. Und du kannst, wie gesagt, in jedem Stock Monate oder Jahre verweilen, weil du in alle Wohnungen reinschauen willst. Und was ist das, in alle Wohnungen reinschauen? Ja, da vergleiche ich mich mit dem anderen und die anderen Menschen sind es und nur ich nicht und andere sind ja nicht erwacht, dann sage ich immer, bist du erwacht? Und die anderen Menschen und die Politiker und dies und das. Lass die anderen Wohnungen. Steige ein in den Aufzug und fahr einfach hoch. Das Angebot steht, die Möglichkeit gibt es und die Möglichkeit wurde uns jetzt gegeben mit Beginn 14.10. Und genau in diesen 14 Tagen, in dem Korridor der Finsternis, kannst du die größte Heilung erfahren. Und viele sind dem gefolgt, denn ich hatte genau, mit schlaggenau diesen Tag einen massiven, urplötzlichen Ansturm an Kundenterminen. Ich wollte diese Aufnahme zu Beginn dieser Finsternis machen, aber ich hatte keine Zeit und heute ist Sonntag und da funktioniert es jetzt und da habe ich mir die Zeit jetzt genommen. Und morgen geht es schon wieder weiter mit den Kundenterminen. Mit Schlag auf Schlag ist es gegangen, explosionsartig mit Kundenterminen. Und das ist alles kein Zufall. Und ich beglückwünsche alle diese Menschen, diese wunderbaren Seelen, die da hingeblickt haben und bereit waren, in diesem Keller endlich aufzuräumen, diesen Keller endlich aufzulösen, denn den brauchen wir nicht. Und denn all diese Chagren zur Mutter Erde auch aktiviert haben und in einer drehenden, aktiven, kristallinen Spiralform sich mit dem kristallinen Herzen und der Kristallsonne der Mutter Erde verbunden haben, mit dem Urweiblichen, dieses Urweibliche in ihr Herz kommen haben lassen, wieder verbunden sind und mit dem Aufzug hochgefahren sind und dann mit einer wunderbaren spiralförmigen Bewegung aus ihrem Herzzentrum, aus ihrer inneren, kristallinen Sonne sich mit der urmännlichen Energie und mit der Sonne, und da komme ich dann auch dazu, das verdammt wichtig ist, diese Sonnenenergie und sich auch mit dem verbunden haben, viele Öffnungen und Aktivierungen stattgefunden haben, wie die Kundalini-Energie und vieles mehr und diese Menschen durch diesen Verdauungsprozess, dieser Reinigung tief, ganz tief eingetaucht sind und vollkommen freiwillig mit ihrem freien Willen und dadurch hat sich keine 15 Meter hohe Welle über sie gebäumt, sie wurden nicht ins Bett gelegt und das Gewitter nicht über sie hereingebrochen ist, sondern sie wissen oder wussten sehr wohl, dass jetzt in der Finsternis dieses Gewitter eben da ist. Viele wurden niedergelegt ins Bett, ja, und viele mit anderen Themen, was auch immer da jeder jetzt hat oder hatte oder noch auf einen zukommen wird, wie gesagt, wir gehen ja erst in die Wintermonate und in die dunkle Jahreszeit hinein, die auch immer mit dem Menschen etwas macht, es ist dann nicht mehr so Licht, es ist kalt, es ist dunkel. Und so bin ich eingetaucht vor ein paar Wochen und das werde ich an dich dann weitergeben, wenn bei mir die vollkommene Aktivierung stattgefunden hat und zwar in die Zwillingsflammen, Alchemie, in die Lichtsäulenaktivierung, die Kundalini, Energie, Merkaber, Lichtkörperprozess, ist aber das, was jetzt bei mir schon stattgefunden hat und ich noch weiter für circa drei, vier Wochen sein werde und dann gebe ich es hinaus, ist die 12 Strang DNA, die 144 Strang DNA zu aktivieren, die Regenbogenschakren, dieses System des Regenbogens, Licht zu aktivieren, der 21 Chakren. Ja, das kommt als nächstes, das war für mich jetzt hier zu durchleben, zu tun und das ging ganz leicht und einfach und tut gut, macht Spaß und hat mich wunderbar in der Stabilität gehalten. Ja, dieser Verdauungsprozess ist einfach der Transformationsprozess, du hast viel aufgenommen in dir, niedrig schwingendes, alles, eine Suppe an Dingen wie niedrig schwingend, hoch schwingend, ja, gebunkert, gehortet, rein ins System, rein in die Zellen, überall in den Schmerzkörper, in die unsichtbaren Körper, in die Chakra, in die Aura, ja, und da ist so, so viel drin, von hunderten Jahren, von 500.000 Inkarnationen, alles ist da zugeladen, zugemüllt und jetzt kam die Energie und öffnet und hochkommt alles, die ganzen Schlacken, ja, das ganze Alte zugemüllt, ja, kommt an deine Oberfläche, zeigt sich dir, man spürt es, man fühlt es, man fühlt sich plötzlich nicht gut, und so weiter, was alles da bei dir war, die Verdauung hat angeeckt, ja, oder die Sinne, plötzlich sah man schlechter, klingeln in den Ohren, Hautreizungen, Hautausschläge, ja, bei uns ist auch Hand, Fuß, Krankheit, so, und jetzt übersetze ich auch das, Maul- und Klauenseuche, das geht bis in den Rachen hinunter, der ganze Mundbereich im Innen, der Mundbereich im Außen, die Handflächen, die Fußflächen, sind unter Entzündungen und starken Rötungen und Busteln, sodass man gar nicht gehen kann, nichts angreifen kann, nichts schlucken kann, all das ist plötzlich im Feld, wundert dich das nicht? Nein, noch immer wollen viele nicht hinschauen, Augen zu und durch, und früher war es besser und es wird schon wieder und ja, ich schaue immer in die Sonne, ja, nur es nähert sich von hinten das Dunkle an, aber wenn du dich umdrehst und sagst, ah, und entdeckst das Dunkle und blickst direkt hinein, zieht sich das sofort zurück, denn das vertragt das Dunkle nicht, dunkle Wesen vertragen das gar nicht, nur die sind ein Fressen für sie, denn die sind so fokussiert auf Strahle, Strahle, Strahle und sind doch sehr stark geschwächt in ihrer Energie und im Immunsystem und dann schleicht sich da sowas in die Aura hinein und patsch von hinten, zack, fliegen sie nach vorne und werden niedergelegt, ob in der Grippe, Krankheit, Depression, Schlaganfall, was auch immer, zack geht's, zack, in einer Sekunde wurde das Leben zur Hölle, und ich habe genug Beispiele auch von Kindern, wo wirklich Schlimmes passiert ist in den letzten Tagen, wirklich Schlimmes. Das ist Tatsache. Mach die Augen auf, schau hin, bei dir, bei dir und stelle dich auch den Wellen, stelle dich dem Gewitter, denn genau dann, wenn du selbstermächtig dich drehst in alle Richtungen, alles in deinem Leben willkommen heißt, wahrnimmst, sag, ja, aber ich bin da. Genau dann, in dieser Macht, zieht sich und muss sich das Dunkle zurückziehen. Du sollst das Licht sein, du die Sonne. Nicht hinblicken auf die Sonne, werde du zur Sonne, werde du zum Licht und strahle ewig aus dir heraus, aus deinem inneren Zentrum, aktiviere deine ganzen Stränge, aktiviere deine Regenbogen-DNA, Chakren, zwölf Strang, 144 Strang, das ist nicht für jeden bestimmt, deine Zwillingsflammen, Alchemie mache ich, mache in dir. Dann brauchst du nicht im Außen irgendetwas. Du musst nichts anhäufen und ansammeln und Partner zu dir ziehen und an dich kleben und die Kinder und was weiß ich und tausenden Sachen einkaufen oder sonstiges. Du bist ganz bei dir. Du aktivierst dich vollkommen. Du aktivierst deine Kraft und Macht, dein Licht, deine innere Sonne und was jetzt wichtig ist, du hängst dich an, an die Urenergie, in die Rückverbindung, die Endcodierung, die Aktivierung, die Öffnung, das machst du mal alles für dich. Und da wird's im November, in den Dezember hinein, von mir einen Kurs geben, einen Workshop. Also komm auf meinen Newsletter, der ist gratis, da meldest du dich an, kostet dich nichts. Auf meiner Webseite, auf jeder Seite www.sissigöttling.com einfach ein paar Klicks und du bist schon dabei und da wirst du das alles erhalten. Komm in den Mitgliederkanal, da begleite ich dich sogar, da haben wir Live-Calls miteinander. Sei dir doch nicht zu schade, investiere in dich. Es gibt nichts mehr Wichtigeres. Wer Angst um sein Geld hat, investiere es in dich. Dann kann es dir egal sein, was alles passieren wird. Dann bist du das Licht. Und dann können hunderte dunkle Wolken aufzählen. Du scheinst weiter. Und auch wenn die Wolke die Sonne verdeckt, kippst du nicht und beginnst, oh Gott, was ist passiert? Ist alles so schlimm. Sondern du scheinst einfach weiter, denn du bist die Sonne. Und was ist dir das nächste Wichtige? Dich mit der Sonne verbinden. Und jetzt komme ich zum nächsten. Durch da bin ich auch schon durchgeschritten. Und zwar, wir werden dann gemeinsam durch das Portal der Sonne gehen. Durch das Portal zur Mutter Erde. Durch das Portal zur Innererde. Durch das Portal zu deinen Chakram. Durch das Portal zu dir selbst. Durch das Portal zu deinen multidimensionalen Wesen. Durch das Portal zu den Elementen. Durch das Portal zu den Planeten. Das gibt es überall eine Türe. Und warum? Weil auch die, die Sonne, die Innererde, wie sie alle heißen, das Universum, Sirius, Jupiter, alles Mögliche, Atlanta, ganz egal was. Wir können in diese Portale nur einschreiten. Es wird uns die Türe nur geöffnet, wenn wir dazu bereit sind und wenn wir endlich aus diesem Keller kommen. Und die Türe öffnet sich nur dann. Warum? Denn du willst ja auch nicht, dass jeder Mensch, stell dir vor, jeder Mensch, ob gut, ob böse, oder wie er aussieht, wie er riecht, wie schmutzig er ist oder nicht. Alle Menschen kommen nicht einfach in deine Wohnung und sagen, hey, hier sind wir. Würdest du das wollen? Nein. Du sagst, ich mache nur dem, der auf und dem und der aber nicht. Und all das ist ein Energiefeld. Wir haben lauter Energiefelder und in diese Energiefelder, auch Portal genannt, können wir rein. So, und jetzt kommen immer, immer diese, ja, die Sonnenstürme, 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 Schumannfrequenzen, Schumannfrequenzen. Ach Gott, ja, wegen dem geht das nicht und das nicht und das ist und das ist. Achtung, es kommen Stürme auf. Wundere dich nicht, wenn du jetzt müde bist. Ja, das gibt es, das ist auch so, auch da zachenbricht. Aber, was sage ich immer? Man kann es sich doch einfacher machen. Es wird uns ja ständig die Möglichkeit geboten, geh durch das Portal in die Sonne, kommt aber darauf an, ob es dir geöffnet wird. Was schleppst du noch mit? Geh durch das Portal zu dir selbst, durch das Portal zu deinen Chakren. Schau, ob sich die Türen öffnen. Und das ist Wahnsinn, ich bin hineingegangen in dieses Feld der Sonne, denn ich bin die, die sagt, ich mache keine Sonnenstürme mit. Ich lasse mich doch nicht immer hin und her reißen durch die Energien, durch die Erdmagnetfeldschwankungen, durch das Abnehmen des Erdmagnetfeldes, der Polsprung, ja, was weiß ich, was da alles ist, das Blackout und keine Ahnung und die ganzen astrologischen Dinge, ja, das ist alles, das gibt es alles. Aber ich lasse mich doch nicht wie eine Marionette oder ein Bändel hin und her schleudern. Es gibt immer eine Lösung und ich habe mich um die Lösung gekümmert, Fokus auf die Lösung. Was ist die Lösung? Und dadurch bin ich einige Portale in den letzten Wochen durchschritten und auch was ich vorher aufgezählt habe, was man in sich alles aktivieren kann, damit man eben in den Sonnensturm stabil ist, ruhig ist, verbunden ist mit der Sonne, verbunden mit diesen Frequenzen, verbunden mit dem Herzen der Mutter Erde, verbunden mit dem Lichtgitternetz, verbunden mit all deinen Portalen, verbunden mit Papa, Mama. Da komme ich jetzt zum Nächsten. Männlich und weiblich und das werde ich in den Mitgliederkanal stellen. Ich habe da eine wunderbare Reise bekommen und ich war auch ganz tief drinnen und habe diesen tiefen, diesen tiefen, ganz alten Urschmerz der Menschheit wahrgenommen. Das Männliche, das aufs Kreuz gehängt noch immer ist, das Leid verkörpert, blutend. Und alle blicken auf diesen leidvollen Körper und Schmerz, der Mann, der am Kreuz, aufs Kreuz genagelt ist, keinen Boden unter den Füßen hat und elendig sterben musste. Und noch immer hängt das Männliche am Kreuz genagelt. Und das Weibliche, das davor kniend, am Boden mit dem Kopf nach unten, in der Opferhaltung, in der Machtlosigkeit, in der Ohnmacht, in der Traurigkeit, noch immer verweilt, sich nicht erheben kann. sich aufrichten kann, aus der Opferhaltung aufsteigen kann. Weiblich und männlich noch immer in der Trennung, im Leid, im Schmerz, in der Traurigkeit, gehängt, hängend und kniend. Und auch hier gibt es eine Lösung. Und dieses Bild, und du wirst wissen, von was ich spreche, ist ganz, ganz tief in uns eingebettet und geprägt worden. Ich möchte schon sagen, implantiert worden. Die alte Matrix, die Implantate in uns, die Gelübde, die abgelegt worden sind und die versprechen, nie wieder werde ich. Für immer werde ich. Eingesperrt hinter dicken Mauern, Klostermauern, nur wenn du dienst und dich kasteist, wenn du in einer Kutte herumläufst, dann kommst du in den Himmel. Den Kopf nach unten, ständig betend, flehend, betend, ja nichts besitzend in der Armut und bettelnd, hinter kalten Mauern, das ist die Erfüllung, das ist das Leben und dich einen anderen Menschen nicht hingebend, verschlossen in einer schwarzen Kutte, die Frau betend und gebeugt an den Wänden gehend, die Männer das Oberhaupt und dominierend, die dich von Sünden freisprechen, vielleicht, wenn du Zutritt hast zum Beichstuhl. Raus damit, raus mit diesen Energien, runter vom Kreuz, das Männliche, erhebend sich, das Weibliche aufrichtend, sich reinigend und verbindend in dir, es geht um in dir. Diese Bilder, diese Prägungen, Implantate, all diese Gehorsam und diese Gelübde, absolut, vollkommen, mit allen Ursachen und Wirkungen für alle Generationen und folgenden Generationen und alle Inkarnationen absolut endlich außer Kraft zu setzen und ich bitte dich, ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen und ich hoffe, du hörst mir noch zu, teile diese Aufnahme bitte. Wir müssen raus und das ist ein Müssen, sonst wird es dir sehr unangenehm aus diesem Weltschmerz, das betrifft die ganze Menschheit, die ganze Welt und Erde. Ich bitte dich einmal, teile diese Aufnahme. Es ist wichtig, sonst kommen wir nicht raus. Und da werde ich eine Seelenreise aufnehmen, die kommt in den Mitgliederkanal. Es ist eine sehr tiefgehende Reise. Es bedarf Erlösung in dir, für dich selbst, damit du endlich wieder als Gottmensch erstmalig hier auf der Erde verkörpert in deinem Lichtkörper mit allen aktivierten DNAs, mit deinem Merkkörper, deinem Aufstiegsgefährt, deinen Lichtkörper, deinen Lichtzellen, deiner Kundalini-Energie, eine Zwillingsflammenalchemie und eine Sonnen-Ur-Zentral- Sonnenverbindung und mit dem Urmännlich-Ur-Weiblich dann dich verbinden kannst und mit dem Aufzug die zwölf Stöcke hochfährst und endlich oben stehst, trotzdem mit beiden Beinen im Leben. Und das ist, glaube ich, für die meisten momentan wäre das der Sinn des Lebens. Und Papa Mama Partnerschaft ist hoch im Fokus, es geht urzu in den vier Wänden und trotzdem wird nach außen ganz was anderes gepostet. Ich beobachte das und das ist nicht Authentizität. Das ist nicht die Wahrheit. Und wenn weiter das verbreitet wird und weiter Lug und Betrug, gebe ich dir jetzt den nächsten Satz. Das größte Verbrechen der Menschheit sind die friedvollen Sklaven. das eine Prozent, das wir meinen, das uns dominiert, das sind irgendwelche Machthaber, Politiker, Sonstiges, wo jeder die Schuld denen in die Schuhe schiebt. Ja, die sind dunkel, das sind nicht alle jetzt gut, aber das ist ein Prozent. 99 Prozent und in der C-Zeit wurde es uns vor Augen geführt und ich war nicht dabei. Ich wurde dafür drei Monate in Quarantäne gesetzt, also nicht in Quarantäne Lockdown gesetzt, da alle anderen durften herumlaufen, aber ich bin trotzdem gelaufen in mir. 99 Prozent friedvolle Sklaven und es gilt für jeden Einzelnen, dass nur die Masse der Menschheit hier eine Veränderung bewirken kann. Darum brauchst du nicht die Masse bekehren und missionieren, deinen Partner nicht, deine Kinder nicht, sondern beginne bei dir selbst. Da haben wir alle genug Arbeit und ich sage dir jetzt, wie es ist hier auf der Erde, wie bei einem Autofahren lernen. Du willst den Führerschein machen. Du willst, dass das Auto fährt, dass du Autofahren kannst. Was machst du? Was ist zu tun? Wenn du am Sofa sitzen bleibst, wird es nicht gehen. Da sind die meisten bereit aufzustehen, in die Fahrschule zu gehen, dann kommt der Fahrlehrer, dafür bezahlen sie, dann haben sie irgendwelche Theorie und dann setzt sich der Fahrlehrer neben dich ins Auto und ich betone neben dich und gibt dir dann Hilfestellungen. Er begleitet dich eine Zeit. Er sagt Kuppeln, Gas geben, bremsen, lenken, er zeigt dir das alles, aber wer tut es? Wer muss es tun, damit das Auto fährt? Du. Du würdest nie auf die Idee kommen oder vielleicht bist du auf die Idee gekommen? Ich will das nicht machen, Herr Fahrlehrer, machen sie das bitte alles für mich und fahren sie das Auto. Was glaubst du würde er sagen, ja gut, ich bin jetzt ihr Sklave und ihr Lakaie und fährt für sie das ganze Leben mit dem Auto. Nein, da warst du bewusst, da warst du klar. Ja, ich mache das, was er sagt, das ist zu üben und dann kommt zur Prüfung und dann wird dir geschaut, kannst du das schon, kann man dich in den Massenverkehr entlassen und du warst bereit, ja, ich fahre selber und dann kam der Punkt, du hast die Prüfung geschafft, der Fahrlehrer und Fahrprüfer steigen aus und du fährst alleine und trotzdem, dass du den Führerschein hast und die beiden ausgestiegen sind, kannst du noch immer nicht wirklich gut Auto fahren und hast wahrscheinlich nicht gleichweise nicht bis den Berg rauf gefahren, sondern es war noch immer ein wenig eine Übung und heute ist alles im Unterbewusstsein, du steigst einfach ein und fährst los und genauso ist es mit Aufarbeitung. Da bin ich neben dir, ich mache das mit dir, nur wenn du nicht ins Tun kommst und dir einen Termin nimmst oder etwas buchst oder wo dabei bist, dann geht es eben nicht. Dann kommt dein Gefährt, deine Merkaba, dein Leben, deine Kundalini, deine DNA, dein Transformations der kommt halt nicht in die Gänge und es fährt halt in dir nicht los. Denn es wird niemand für dich fahren, vielleicht kurze Zeit, aber sicher nicht auf Dauer. Das müssen wir schon selber machen und das hat jeder einzelne Mensch hier auf der Erde, da gibt es keine Ausnahmen. Einer in dieser Inkarnation, der andere in der nächsten, einer jetzt, einen paar Monaten, ein paar Jahren, wann auch immer, das hat jeder selbst zu entscheiden und am Seelenplan, da darf niemand und eingreifen geht uns auch nichts an, bleib bei dir, nimm dir einen Fahrlehrer, fahr los. Was ist noch? Fahren musst du, wie gesagt, lass dich begleiten. Und was ist jetzt, wenn du mit deinem Auto fährst? Was wäre, wenn du dauernd fährst, 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 fährst und jetzt nichts mehr tust? Und sagst du, jetzt kann ich eh fahren, geht ja eh dahin. Ja, aber was ist es? zum Service zu stellen, aufzudanken, Öl zu wechseln, Reifen wechseln, da sind wir bereit. Oh, das ist bei dir auch alles. Jetzt wäre in der Energie, ja, wechsel deine Energie, Reinigung, Verdauungsprozess, lass los, das Alte gib es endlich her, ja, verdaue endlich das Leben und lass das, was nicht für dich ist, los. Und das, was für dich gut und richtig ist, das behältst du. Und wenn du das behältst, dann kommst du gut in den Fluss und bist genährt, du bist genährt mit dem Leben selbst. Und dein ganzer Verdauungstransformationsprozess kommt endlich in die Gänge. Deine Merkörper, dein Lichtkörper, dein Regenbogenschrank und so weiter, all das, was sich so viele wünschen, deine Hellsinne, deine Drüsen, alles wird aktiviert, geöffnet, neue Programme hochladen, dafür vertaust und lässt endlich mal alte Programme los. Und, wie gesagt, ganz wichtig, handel anders. Und zwar, denken, fühlen, handeln in einen und anders als früher. Und früher gibt's nicht mehr und so wie früher wird's auch nicht mehr. Streit nicht mit, schau mal eine andere Lösung. Es gibt eine andere Lösung. Häng nicht in alten energetischen Methoden herum, da gibt's auch schon so viel Neues. Auch die Astrologie Kartenleger, alles ist in stetiger Veränderung, auch das darf alles jetzt neu werden, neu sein. Alles, alles ist in ständiger Veränderung. Ja, und so gilt es auch in der Partnerschaft endlich. Ja, du bist nicht mehr der kleine Sohn, der nach der Mama ruft, geh raus aus dem Energiefeld, du bist Papa, du bist Partner. Du bist nicht mehr die kleine Tochter, die in der Partnerschaft nach dem Papa ruft oder nach der Mama und dem Partner, der für hernimmt. Was ist mit Vater, was ist mit Mutter? Nein, räum auf, steige aus aus dem Feld, werde erwachsen und werde zum Partner, steige in das Energiefeld Partnerschaft ein, richte dich auf, Mutter und Vater, dem entkläre sie, hol das Männliche vom Kreuz und richte das Weibliche auf, aus der knienden Opferhaltung. Und noch einmal die Bitte Danke fürs Teilen von dieser Aufnahme. Nämlich genau in dieser Aufnahme ist ganz, ganz viel und all das, was ich sage, ist wichtig und ist wichtig für die Umsetzung und ins Tun kommen für die nächsten Jahre. Jahre, das bleibt gültig für die nächsten Jahre und ist jetzt ganz stark. Alles, was ich gesagt habe, in der Energie. Und ich war bereit, mich jetzt hinzusetzen und ja, das Wichtigste und du siehst, wie viel das ist und da bin ich nicht mal noch sehr ins Detail gegangen, dir weiterzugeben und ich danke dir, wenn du es weitergibst, denn das brauchen wir dringend, das ist Nährstoff, das ist Erde und wenn du es nicht für mich tust, das brauchst du auch nicht, für mich brauchst du es nicht tun, ich bin gut am Weg, tu es für unsere Kinder, ich bitte dich darum, denn ich habe vieles erlebt jetzt mit Kindern rundherum, was da Grausames passiert ist, Furchbares passiert ist, tu es, teile diese Aufnahme, bitte für die Kinder, bring es zu den Müttern und Väter, das ist ganz wichtig, die Kinder zeigen ganz extrem diesen ganzen Scheißhaufen in den Partnerschaften auf und haben sich regelrecht aus dem Leben geschossen, meine Lieben, ich bete jeden Tag momentan für ein Kind und auch andere Kinder, aber eines ganz besonders, das auf der Intensivstation liegt, eineinhalb Jahre und jetzt sind viele Kinder, die den Eltern ganz massiv mit urplötzlich einem Gewitter urplötzlich mit einer Welle sich überschwappen haben lassen und preschen richtig rein in dieses Familienkonstrukt, das nach außen hin als Lächeln und Juhu präsentiert wird und die größte Scheiße beherbergt, was es gibt und glaubt mir, ich habe Einblicke in diese vier Wände und ich rufe dazu auf, ich rufe dazu auf, teil bitte diese Aufnahme, es ist höchste Zeit und ich danke dir dafür, mehr brauchst du für mich nicht zu tun und du tust es nicht für mich, tu es für dich und du wirst auch deinen Lohn dafür erhalten, das ist ein großer Aufruf, der für die nächsten Jahre gültig ist, all das, was ich hier jetzt dir schenke und weitergegeben habe und wir gehen noch tiefer und bei dem Workshop, was ich rausgeben werde, bei einem 21-Tage-Paket, das jetzt rauskommen wird, also der November wird ja jetzt echt in krasse Energie, das ist keine Angstmacherei, das ist einfach Realität und Tatsachen bericht und du kannst ganz gut durchgehen, ich tue es ja auch und das Tolle an diesen Finsternis und an den nächsten Monaten ist, dass wir extrem schnelle wunderbare Heilung haben und dass die, die bereit sind, die haben jetzt wirklich ganz tiefe Themen bekommen zu erlösen und die fühlen sich großartig in dieser Zeit, weil die Finsternis, diese Energie hat ihnen das größte und tiefste Thema aufgezeigt und wäre schön, wenn ich die alle jetzt um mich hätte und die würden da mitsprechen, wenn das sind die eigentlich die ja das große Beispiel für die da draußen sind, die nichts tun, wie gut es denen in dieser Zeit geht und die wurden nicht niedergelegt die stehen aufrecht ja und leben ihr Leben sehr gut das ist das positive aus der Finsternis dass das dunkle umso mehr ist nämlich auch das Licht hier und das Licht steht für mich eben für Erlösung und Heilung das durften ganz viele meiner Klienten und Klientinnen erfahren aber weiter 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 gehen weiter weiter gehen Service machen lassen Öl wechseln ja aufdanken Reifen wechseln Änderung Veränderung anders handeln andere Lösungen hinschauen aufs Gewitter du bist selbst das Licht wär selbst zur Sonne ja das ist es das ist es raus aus dem friedvollen Sklaven runter mit dem männlichen vom Kreuz aufrichten des weiblichen vom knienden Opfer Haltung los kommen den Mitglieder Kanal sei dabei komm auf den Workshop nimm dir das 21 Tage Seelenpaket es kommt alles im November raus also komm auf den Newsletter da geht alles raus teile diese Aufnahme abonniere meinen YouTube Kanal ja denn das wird jetzt eine mächtige Herbst Winter Zeit und da wirst du mich sicher öfters hören alles lieber einen wunderbaren November und das Energieübertragungspaket für November ja auch ein sehr sehr wichtiges geht dann auch raus Ende Anfang dieses Monats da starten wir glaube ich Moment ich schaue mal kurz nach ich glaube am 9.11 also es kann sein dass es nicht genau am ersten du schon hast alles Liebe glaube ich